In diesem Tutorial zeige ich dir alle Punkte zum Thema Shapes und Create aus dem Modeling Mode. Und los. Ja, legen wir direkt los. Wie du siehst, habe ich schon ein geniales Level vorbereitet, um euch alles schön zeigen zu können. Auf der linken Seite oben haben wir den Selection Mode, den kennst du ja schon. Und den müssen wir ändern auf Modeling. Und da sind wir auch schon hier. Wenn du das so nicht einstellen kannst, bist du vielleicht noch in vorhergehenden Versionen unterwegs. Dann musst du das separat unter Edit und dann Plugins. Modeling müsste reichen. Ja, hier einfach aktivieren. Dann neu starten, wie immer. Und dann bist du ja auch good to go. Ja, starten wir dann mit den Basics. Wir haben immer so eine Box hier einfach. Und das gilt jetzt für alle Shapes. Die ist dann sofort unter der Maus und orientiert sich an der entsprechenden Oberfläche. Sobald ich ins Void zeige hier, wird dann der Zero Grid genommen. Den kann ich auch mal eben einblenden. So. Und wir können auch direkt sagen, dass die Oberflächen hier ignoriert werden sollen. Das machen wir hier unter Positioning. Einfach auf Ground Plane. Und dann bleibt er immer auf dem Grid. Hier gilt natürlich dann auch Snap to Grid. So wie du das willst. Das kannst du an- und ausschalten. Funktioniert bis auf ein paar Ausnahmen hier genauso wie gehabt. Darauf gehe ich dann aber nochmal genauer ein. Den wir mal wieder aus. So. Weil das wollen wir ja nicht. Und dann wieder zurück auf On Scene. Weil wir gerade im Positioning waren, machen wir hier kurz weiter. Wir haben hier den Pivot Point. Da habe ich auch ein Tutorial gemacht. Verlinke ich dir jetzt oben rechts. Auch ganz wichtig natürlich, wo der ist. Wenn du eine Tür hast, möchtest du natürlich, dass die Tür richtig aufgeht. Gut halt, wenn du sie drehst. Also rotierst dann halt nach innen oder nach außen. Und das kann man hier von Anfang an festlegen. Der ist hier in der Mitte. Jetzt können wir uns hier mal ganz kurz anschauen. Eigentlich Quatsch. Standard ist unten. Also Base. Und den kann man auch auf Center setzen. Wie du siehst. Und natürlich auf Top. Und je nachdem, wo der ist, kann man ihn dann natürlich rotieren. So wie man das braucht halt. Kennt man ja. Und das mache ich jetzt mal rückgängig. So. Und auch das hier. Dann haben wir die Rotation noch. Aber ich denke, das ist klar. Das kommt halt, wenn du, also bevor du ihn gesetzt hast. Cancel das mal out. Box. Und dann haben wir ja schon eine leichte Rotation drin. Jetzt hier nochmal ändern. Geht man ja. So. Dann wieder zurück. Align to Normal ist auch klar, denke ich. Wenn du jetzt hier auf die Oberfläche guckst. Oder auf die Ausrichtung. Und der geht auf so eine Schräge. Dann wird er sich da auf jeden Fall anpassen. Wenn du das nicht möchtest, dann einfach raus damit. Und dann bleibt er so, wie er ist. Dann haben wir hier oben unter Shapes die Rift, Death und Height. Und das kann man auch dann verändern. Also jetzt schon, wenn man möchte. Oder eben auch später. Und dieses Objekt können wir natürlich dann auch stufenlos entsprechend anpassen. Ich mach das mal wieder rückgängig. So. Die Subdivisions können wir auch anpassen. Und zwar für alle Bereiche. Damit wir das sehen können, können wir jetzt hier natürlich die Sicht anpassen. Oder direkt hier auch die, wo ist er? Da Wireframe war ich schon mit der Maus drauf. Und dann können wir auch hier die ganzen Objekte ein bisschen komplexer gestalten. Ich mach einfach mal alles auf 10. Das ist natürlich später wichtig, wenn wir uns um Streammodeln, Deformen und so weiter, Transformen, also das ganze Bending und so weiter, von diesen Meshes dann zu Gemüte führen werden. Das machen wir jetzt noch nicht. Jetzt bleiben wir erstmal hier oben. Außerdem ist es natürlich auch wichtig, wenn du die Meshes dann augenscheinlich deformieren möchtest mit Materials und so weiter, dass da genug Geometrie da ist, damit das auch schön aussieht, je nachdem, was du da machst. Außerdem kann man hier noch die Polygroup festlegen, also per Face, Shape oder Quad. Das wird auch später wichtig, wenn man die Polygroups ansprechen und verändern möchte. Und was habe ich noch vergessen? Hier glaube ich gar nichts mehr. Dazu kommen wir gleich noch. Machen wir ganz kurz mal Material. Das zieht sich auch durch. Das ist also immer dasselbe. Bei Material ist es so, dass wir hier natürlich ein Material auswählen können und ich gucke mal, ob ich jetzt hier irgendwas finde oder machen wir mal hier. Ich glaube Tech war irgendeins aus dem Starter Content. Nehmen wir mal hier Tech Panel und können hier direkt den Scale verändern, so wie wir es brauchen. Und auch wechseln von World Space zum Normalen ist, denke ich, selbsterklärend. So, ich mache mal alles wieder rückgängig. Zack, 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 zack und ihn wieder hier einfach als Viereck und dann kommt er mal ein bisschen weiter hoch. So, das muss jetzt aber nicht einfach so ein Cube sein, sondern das, was wir hier verändert haben, ist einfach nur, oh, die Subdivisions habe ich hier noch vergessen, ist einfach nur erstmal ein Shape, wie der Name schon sagt. Und das kann jetzt auch etwas anderes sein, zum Beispiel ein Dynamic Mesh, mit dem man da alles Mögliche machen kann später oder auch irgendein Volumen. Also, vielleicht ein Trigger-Volumen und wenn ich jetzt akzeptiere, dann hast du halt hier ein ganz normales Trigger-Volumen, was du jetzt auch schon vielleicht durch, ich glaube, wo war es, hier. Heißt vielleicht auch so, genau, Trigger-Box heißt es hier, was du dann verwenden kannst oder, und die haben auch ein verschiedenes Color-Coding, glaube ich. Ich gucke mal, ob ich Blocking-Volumen auch irgendwo hier, da Blocking-Volumen akzeptieren und dann haben die halt auch ein unterschiedliches Color-Coding, wie man das gewohnt ist und kann die dann entsprechend ansteuern und entsprechend natürlich dann auch verändern. Nur, was cool ist, dass man hier halt dann individuelle Shapes erstellen kann, davon, wie man die verändern kann, das sehen wir gleich noch unter Create, da kann man eine Menge machen, aber nur damit du es weißt, du kannst halt dieses oder diese Box halt in jedes Volumen, was es so gibt hier standardmäßig in der Engine, einfach, ja, verändern. Wir bleiben aber jetzt erstmal bei den Meshes, bei den Static-Meshes und jetzt geht es erstmal darum, wo landen die oder wo landet der ganze Kram denn überhaupt und das können wir natürlich auch individuell einstellen. Dafür habe ich jetzt nochmal alles gelöscht und hole jetzt nochmal einen zusätzlichen Content-Browser rein, damit wir alles sehen können und wir sind jetzt hier in Ordner 13 Modeling mit der Modeling-Map für dieses Tutorial, die sich alle Patreons übrigens ab der ersten Stufe runterladen können, falls es Interesse hat. Und hier können wir jetzt genau sehen, wo der ganze Kram landet. Auf der linken Seite unten können wir das nämlich festlegen. Erstmal kann man hier unten sagen, an welchem LOD du gerade arbeitest. Wir gehen einfach auf Max. LODs ist ja nochmal ein Thema für sich, habe ich auch Tutorials für gemacht. Wenn du das jetzt nicht sagst, kannst du auch gerne Fragen auf Discord stellen, natürlich bei mir oder natürlich wie immer unter dem Video. Und das Wichtige, worauf ich jetzt hinaus will, ist einfach diese Asset-Location hier unten. Wir haben einmal World Relative, wir haben Global und wir haben Current Folder. Fangen wir mit Current Folder an. Das ist einfach der Ordner, wo wir gerade drinstehen, also wirklich selber aktiv drinstehen. Wir haben hier eine Box, die kommt hier rein. Okay, zack und dann landet die hier. Auf der anderen Seite haben wir jetzt noch, machen wir mit Global weiter, haben wir jetzt hier noch Global, wieder eine Box, zack, akzeptieren und fertig. Dann wird hier im Content-Ordner ein Generated-Ordner generiert. Der hat dein Kontoname, mein Tower heißt hier Tower, das wird automatisch vergeben und darunter wird dann alles abgelegt. Oder aber, und ich gehe jetzt extra mal irgendwo anders hin, World Relative. Und damit meint er einfach nur, da wo gerade die Map ist, in der wir gerade sind. Und wir sind ja gerade, wie wir wissen, in der Modeling-Map. Und das werde ich jetzt auch kurz zeigen. Rein damit. Okay. Und wir sehen hier unter 13, da wo die Map ist, ah siehst du nicht. Da wo die Map ist, wird dann ein Generated-Folder generiert. Wieder der Name und dann eben der entsprechende Mesh. Spezielle Einstellungen zu diesem Thema findest du auch noch hier, dann unten zu den Settings und dann hier Modeling-Mode-Project. Dann kannst du ja nochmal sagen, welche Standards gesetzt werden sollen und natürlich auch, wie der entsprechende Ordner heißen soll, der dann automatisch generiert wird. Auch wichtig zu erwähnen ist die Einstellung hier. Hier kann man nämlich sagen, dass das Ganze automatisch gesaved wird. Wenn du solche Meshes erstellst, wie unseren hier zum Beispiel, dann sind die nicht automatisch gesaved, wie du vielleicht eben schon gesehen hast. Wenn ich jetzt hier mal auf Save gehe, dann Strg-S, oder? Ne, Vorführeffekt. Moment, machen wir mal so. Akzeptieren. Dann, was haben wir jetzt als letztes eingestellt? World Relative, dann sind die ja hier. So, dann ist der nicht gesaved, wie du hier siehst. Das heißt, das musst du dann schon noch machen. Und wenn du das halt ohne, wenn du ohne Saving rausgehst, dann hast du halt die Einstellung oder beziehungsweise den Mesh dann verloren. Und mit dem Dropdown-Menü hier ist das dann Geschichte und der wird sofort für dich gesaved. Auch sehr wichtig ist, dass die immer mit einer komplexen Collision kommen, standardmäßig. Wenn du das nicht möchtest, das kann natürlich je nachdem, was du machst, natürlich auch sehr intensiv sein. Und wenn du das ändern möchtest, dann kannst du das einfach hier machen. Einfach den Collision-Mode entsprechend ändern. Hier ist jetzt Complex as Simple genommen worden. Und ob der überhaupt Collision haben soll, natürlich kannst du ja auch entsprechend einstellen. Es gibt noch kleinere Optionen, die kann man auch noch hier einstellen. Also einfach mit einer Checkbox kannst du hier einstellen, was was sein soll. Ist, denke ich, selbsterklärend hier an der Stelle. Ja, wenn nicht, dann stellen wir einfach natürlich die Frage, wie immer auf Discord oder unterm Video. Das kriegen wir dann schon hin. Und der Rest sollte auch selbsterklärend sein. Dann machen wir weiter mit den anderen Shapes. Schnappen wir uns als nächstes die Sphere hier. Die werde ich insgesamt, also die ganzen Shapes, ein bisschen schneller durchnehmen, weil das ja klar ist, denke ich, auch die ganzen Shapes sind in sich klar, haben wir alle schon mal gesehen. Aber ganz kurz hier wieder, du kannst hier wieder sagen, was das sein soll. Das wiederholt sich, Material wiederholt sich und das Positioning wiederholt sich auch. Wir haben hier auch die Subdivisions, ist auch klar, denke ich, und was für ein Typ. Und den Radius, ja, vom Pivot-Point natürlich aus. Wenn der Pivot-Point in der Mitte ist, dann wird das halt aus der Mitte rausgescaled und so weiter. Alles nichts Neues, das kann man hier entsprechend ändern. Und dann, ja, nochmal scalen, größer, kleiner machen, ist ja klar. Verändern kannst du es, bis du es dann letztendlich akzeptiert hast. Und dann ist das gute Stück auch in deinem Content-Browser zu finden. Dann haben wir noch den handelsüblichen Zylinder, der ist auch klar. Hier kann man den Radius einstellen und natürlich, wie hoch er sein soll. Ich mache ihn mal wieder ein bisschen kleiner. So, und wie viel Slices, ist, denke ich, auch klar. So, muss ich, glaube ich, nicht viel zeigen. Der Rest wiederholt sich und auch hier kann man den Output entsprechend bearbeiten. Also finde ich extrem cool, dass man aus all diesen Shapes dann auch noch ein Volumen machen kann. Und somit super easy dann selber noch so die, ja, autonome Collision-Boxen machen kann und so weiter. Das lösche ich auch mal wieder. Dann haben wir jetzt hier den Cone. Genau das gleiche. Wiederholt sich, wiederholt sich. Polygro, bla 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 bla. Grob. So, und ja, ein bisschen rumspielen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist immer das gleiche. Canceln wir mal aus. Den Toros, den Donut, den kennt auch jeder. So, muss man nicht mehr den Blender machen, den Donut. Obwohl wir hatten jetzt hier, glaube ich, haben wir auch schon einen drin, standardmäßig. Und den halt größer und kleiner machen. Und auch die Slices und so weiter ein bisschen komplexer machen. Das wiederholt sich. Das auch. Canceln wir mal eben raus. Dann haben wir hier ein Arrow. Dann haben wir auch noch ein Rectangle hier. Da muss man eben hoch. Dann eine Disc. Die zeige ich jetzt einfach mal. Ist ja auch klar, was das macht. Das Stairs-Tool hatten wir auch schon, oder haben wir auch schon seit 10 Millionen Jahren in der Engine. Ist genau das gleiche. Du kannst einfach sagen, wie breit die sein soll, wie hoch die sein soll, die Tiefe. Und halt dann hier Curved zum Beispiel oder so. Und wie viele Steps das sein soll. Und so weiter. Der Rest, ja, der Rest wiederholt sich auch wieder. Und damit haben wir auch die Shapes abgehandelt. Achso, nee, wir haben jetzt hier noch einen Modus, wie wir den vorher kippen können. Alles vom Pivot Point natürlich aus. Und wie wir das jetzt hier grundsätzlich noch frei bewegen können. Das Ganze können wir natürlich aber auch mit dem Gizmo machen. Das Gizmo kannst du aber dann, wie du ja weißt, auch hierfür einfach ausschalten. Und dann entsprechend so bewegen, wie du möchtest. Und auch die Einstellung benutzen. Aber ja, jetzt haben wir es auch wirklich. Das sind alle Shapes. Und auf Grundlage von den Shapes können wir auf jeden Fall jede Menge Kram machen. Hier unter Create. Und das kommt als nächstes. Fangen wir an mit Poly Extract oder Extrude besser gesagt. Einfach hier raus. Du siehst hier einfach an dem Raster kannst du dich orientieren. Der snappt auch. Und du musst jetzt nicht auf dem Raster bleiben, was hier, sag ich jetzt mal, sichtbar ist. Sondern du kannst auch hier hinten snappen, so wie du Lust hast. Und dann irgendetwas verbinden. Und wenn du es verbunden hast, das mache ich jetzt automatisch, dann wird schon etwas extrudet. Und ja, dasselbe extrude halt wie bei Blender zum Beispiel auch. Und dann wird das Ganze für dich generiert. Und wie komplex das Ganze sein soll, das kannst du natürlich dann selber entscheiden. Außerdem kann man hier noch sagen, und ich lösche das mal wieder, obwohl ich mache das mal hier oben drauf. Und sage dann zum Beispiel, das ist, äh, ne, Draw Mode will ich nicht haben. Obwohl, ich kann es kurz mal zeigen. Draw Mode ist halt ein Zirkel. So, Draw Mode. Zirkel. Dann haben wir Square. Und das Endergebnis ist halt immer das gleiche. Ist halt ziemlich cool. Dann haben wir noch Rectangle. Dann gehst du nach unten. Und wenn du nochmal drückst, dann zur Seite. Und Rounded Rectangle. Das ist dieselbe Variante hiervon. Nur mit Ecken, die dann rund sind, wie du siehst. So. Ring. Okay, dann haben wir das alles. Freehand haben wir auch. Self Intersections. Das ist einfach nur, ich sag mal so. Wenn ich jetzt hier lang Drawn würde, dann würde der hier an der Stelle einen Cut machen. Also an der hier. Und dann einfach, ja, wie du siehst, loslegen mit dem Extruden. Und das kannst du halt dann schon selber bestimmen, indem wir die Checkbox einfach setzen. Und jetzt ist Schluss. Und schon haben wir ein anderes Shape halt. Und der lässt halt diese Intersection Points dann einfach zu, wenn du die Checkbox hier gesetzt hast. Gizmo ist klar. Der ganze Kram hier einfach ausprobieren. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, das ist der Extruden Mode. Hier haben wir dann Flat zum Beispiel. Der wird später noch interessant. Da können wir dann sagen, also da sagt er dann zum Beispiel, dass es halt überhaupt nicht extrudet wird. Dann hast du halt nur eine Plane. Und wir können auch Fixed machen. Das geht dann auf 100 hier, weil wir es hier eingestellt haben. Man weiß auf jeden Fall, der ist immer 100 hoch. Und das, was man dann nachzeichnet, ist dann eben auch auf jeden Fall 100 hoch. Habe ich nie getroffen. So. Und hat halt immer die gleiche Höhe. Also auch ein cooles Feature. Ich stehe erstmal wieder zurück. Dann haben wir hier Snapping. Ja, das kann ich auf jeden Fall nochmal zeigen. Das ist neu und das wiederholt sich. Ja, zeigen wir als nächstes Mal Snapping. So, ich habe den Grid mal weiter runtergebracht hier an der Stelle. Also Snap to Vertices. Ich starte hier einen. Und er ist auf jeden Fall schon in dem Snap-Modus, wie du siehst. Aber, wenn ich hier in die Nähe von so einem Vertice komme, also von so einer Ecke. Dann siehst du, dann hat er hier automatisch so einen hellen Punkt. Also so einen gelben Punkt. Und unten der Punkt, jetzt habe ich darauf gezeigt, der hier. Der wird automatisch genommen. Du hast dann automatisch die Höhe. Ich zeige zwar auf den hier, aber unten wird er den auswählen. Weil er direkt dahin snappt. Und das kann ich halt ausnutzen. Ich kann dann halt auch hier drauf gehen oder hier drauf gehen und sofort hier sicher sein, dass der an die Ecke snappt und dann auch wieder zurück. Und das dann hoch snappen und weiß, dass das hier wirklich ein perfektes Match ist. Also das ist sehr wertvoll, das Snap to Vertices System. Dann gibt es noch Edges. Das ist auch klar. Das sind halt nur die Ecken. Und dann haben wir noch Snap to Exit und Längs. Da müssen wir hier einmal das deaktivieren. und können dann einmal hier, ich mache mal jetzt, ich shape mal hier irgendwas, zack. Und ich glaube, so müsste es schon sein. Sieht man gar nicht, oder? Vielleicht sieht man es ja nicht, wenn ich kleinere mache. Da. Das ist so wie bei Photoshop zum Beispiel oder bei anderen Programmen, dass der sieht, ah, das ist hier so lang. Und wenn ich dann hier runtergehe, also wir sind immer noch im ganz normalen Snap-Modus, aber sobald ich hier runtergehe, sieht er, dass diese beiden gleich lang sind. Und sagt mir, ey, hier können wir jetzt weitermachen. Und hier dasselbe. Ich weiß es genauso lang wie da hinten. Also kann ich jetzt wieder weitermachen. Und auf der Linie kann ich jetzt auch wieder snappen. Der ist sogar so intelligent und weiß das in dem Moment, wo ich dann immer diese Linie berühre. Und ja, dann wieder zurück. Und so können wir hier wirklich für den inneren Monk in uns perfekte Shapes machen, die wirklich pixelgenau sind. Also ein extrem cooles Tool, wie ich finde. Und dann haben wir hier noch die Axis. Das ist, ich mache mal hier Length aus. Und nur die Axis, dann wird das ein bisschen klarer. In dem Moment, wo ich jetzt hier mich irgendwie bewege, wird er nur snappen, wenn ich auf der Achse bin. Also x, y und so weiter. Und wird mich dann auf diese Achse halten. Das haben wir eben auch bei dem schon intuitiv gemacht. Und ja, ich denke auch, ist klar, wenn wir das ganze Grid ein bisschen drehen würden, würden wir auch die Z-Achse kriegen. Und so können wir halt sicher sein, dass wir uns halt auf einer Linie bewegen, wenn die Entfernung mal ein bisschen größer ist. So, was haben wir hier noch? Surfaces und den Offset. Okay, dann haben wir jetzt hier, denke ich, ist klar, einen gewissen Versatz drin. Und haben wir jetzt hier, nehmen wir mal ein bisschen mehr, einfach einen Snap zu dem entsprechenden Objekt, was wir quasi treffen würden, wenn wir da durchgehen. Weil ich es mit der Maus berühre. Also kann ich wirklich sagen, ich ziehe jetzt quasi mit der Maus wie mit einem Laser hier dran und weiß, dass ich hier unten perfekt an diesem Würfel bin. Das denke ich auch selbsterklärend. Und dann kann ich halt sagen, okay, die Ecke ist jetzt auf jeden Fall pixelgenau an der Ecke dran. Und ja, mehr ist das auch nicht. Dann haben wir hier noch einen kleinen Offset eingebaut, natürlich in dem Fall. Aber das muss auch nicht sein. Den kannst du auch einfach auf 0 stellen. Dann bist du hier auch good to go. Und ansonsten haben wir hier auch alles Wichtige abgedeckt. Zusätzlich können wir natürlich auch immer ein Volumen draus machen oder einen dynamischen Mesh. Wiederholt sich auch alles immer wieder. Ja, haben wir. Dann gehen wir zum nächsten Tool. Das nächste Tool ist auch ein Extrude Tool und zwar ein Path Extrude Tool, was auch ziemlich cool ist. Wir gehen hier wieder rein. Wo ist er? Da oben. So, machen wir gleich hier weiter. Wir zeichnen hier einfach irgendwas auf und verbinden das Ganze. Und jetzt können wir halt alles auf dem Weg sozusagen dann extruden. Was auch ziemlich cool ist. Hier haben wir das einfach mal so mit und dann eben auch nach oben raus. mit der Maustaste und dann sind wir ja good to go und haben ja auch ein cooles Shape an den Start gebracht. Damit kannst du natürlich auch Rennstrecken machen und so weiter. Dann haben wir hier rounded corners. Das kann ich ja mal ganz kurz zeigen. So, same, same. Nur mit abgerundeten Kurven hier. Und wie rund die sein sollen und der ganze Kram, der versteckt sich natürlich hier. Dann haben wir hier Fixed. Da können wir auch wieder festlegen, wie breit es sein soll. Da müssen wir uns da nicht drum kümmern. Und ansonsten same, same. Auch wieder Flat und so weiter. Der ganze Flat-Modus wird auch noch gleich interessant im nächsten Tool. Aber ich glaube, das war es auch schon. Wir können... Ne, sonst ist im Grunde genommen alles gleich. Gehen wir zum nächsten Tool. Wir können hier einen Weg markieren und vielleicht lösche ich das mal lieber. So. Gerade in der Mitte und an der Seite dann ein bisschen zackiger und geht da noch rein. So, und schon wird er für uns hier komplett das Ding zu Ende bauen. Nur auf Grundlage von diesem Shape. Und das Coole ist, das können wir dann noch beeinflussen. Aufpassen, kann man natürlich auch breaken hier. So, und da hört es jetzt nicht auf, diese ganzen Einstellungen hier. Die sind ein bisschen was Besonderes, wie ich finde. Deswegen gehe ich da nochmal drauf ein. Das meiste ist auch selbsterklärend. Also ich meine, wir können jetzt hier reingehen. In der Mitte ist natürlich ein Cube, wenn man so, ne Quatsch, eine Röhre. Und das kann man halt aufklappen, indem wir hier die Gradzahl ändern, was auch ziemlich cool ist. Ich bin natürlich auf der falschen Seite. Und auch, und gut, dass der Wireframe da ist, haben wir dann noch, obwohl das machen wir später, dann hier ein Offset. Da kannst du halt dann einfach nur nochmal von der Drehung den Offset an den Start bringen. Und wie detailliert das sein soll hier. Einfach auch nur mit ein paar Mausbewegungen machen wir das nochmal wieder. Ja, machen wir das einfach nochmal wieder. So, dann die Anzahl der Steps haben wir jetzt hier und den Hide Offset. Dann können wir das umdrehen. Ich mache das mal wieder hier auf 360. Dann sieht das ein bisschen schöner aus. So, Reverse. und auch nach unten natürlich und dann Reversen. Oder, was auch cool ist, was man hier jetzt vielleicht gar nicht so sieht, ist Flip Mesh, aber das zeige ich mal am besten in einem anderen. So. Machen wir das mal so und dann ein bisschen größer und dann so. Dann haben wir jetzt hier und das brauchen wir nicht. Wir haben jetzt hier drin quasi einen Raum. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, dass der innen dann nochmal hohl sein soll, aber der ist jetzt absichtlich in der Mitte und geschlossen. Und hier können wir jetzt sagen, dass er geflipft werden soll und das bedeutet, dass wir jetzt hier quasi schon ein Level haben. Sind jetzt hier schon drin. Und das können wir nach, dem wir das gebaut haben, natürlich auch nochmal ändern und dann hier noch ein Loch reinbringen. Dann hast du jetzt hier dann hast du hier so einen Gang quasi und damit kann man dann in Verbindung mit den anderen Tools natürlich die ganzen Levels bauen. Flippen wir den nochmal. So, dann Sharp Normals. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt hier so sehen kann. Außerdem kann man natürlich dann hier noch dann mit dem Engel spielen, wann etwas sharp sein soll und wann nicht. Es ist im Grunde genommen das meiste hiervon ist wirklich genauso wie ein Blender. Könnte man hier natürlich besser sehen, wenn ich jetzt hier mehrere Abstände hätte und mehrere Kanten mit einem unterschiedlichen Winkel. Aber es geht hier einfach nur darum, was jetzt scharf gezeichnet werden soll und was rund gezeichnet werden soll wie diese Oberfläche hier zum Beispiel. Und mehr steckt da auch gar nicht dahinter. Dann haben wir das alles hier auch wieder. Objekttyp. Snapping. Ne, sind wir hier auch good to go. Ja, also hier kann man auch super viel machen. Finde ich auch ein extrem cooles Tool. Ich lösche das auch mal wieder oder cancel mal eben out. So, das nächste ist ausgegraut. Dafür brauchen wir eine flache Oberfläche. Da können wir jetzt zum Beispiel die Disc nehmen und die einfach hier hinlegen und diese Disc dann anklicken und dann auf das andere Tool. Moment. So. Und schon wird das weitergebaut für uns. und mit diesem Gizmo hier kann ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie gescaled werden soll, sondern den Punkt, um das das sozusagen gebaut wird, kann ich jetzt hier beeinflussen. Was auch ziemlich cool ist, wenn ich näher dran bin, dann eben so und kann hier dann die verrücktesten Sachen machen. Also richtig, richtig cool. Hier haben wir jetzt einfach mal einen Ring. Wir haben auch die Möglichkeit, das mit unterschiedlichen Shapes zu machen. zum Beispiel könnten wir hier nehmen wir mal das hier und gehen hier auf nee, lassen wir das mal so und Flat, dann können wir das einfach zeichnen. Dann machen wir so Zack. Und weil wir auf Flat gestellt haben, ist es ja schon Flat und deswegen, weil wir schon drin sind, können wir direkt das Tool nehmen und daraus auch irgendwas Verrücktes bauen, was auch ziemlich cool ist. Und was auch immer das dann sein mag, ein riesiges Triebwerk oder was auch immer du möchtest, die Grenzen hier sage ich jetzt mal, die gibt es eigentlich gar nicht. Hiermit kannst du alles machen. Das kann man natürlich auch wieder hollow machen oder das kann man später auch und natürlich mit anderen verbinden oder Löcher reinmachen oder sonst was. Also ist es auf jeden Fall mittlerweile krank, was man in der Engine alles machen kann. Spielen ein bisschen hier mit dem ganzen Kram rum. Ich würde sagen eine Stunde oder so. Und dann hast du das meiste hier drauf oder guck dir das Video nochmal ein, zwei Mal an. Dann kann man schon super viele Sachen, wenn es um das Thema Blockout geht, auf jeden Fall in der Engine bauen und sich die Dinge anschauen, ohne dass man jetzt in Third-Party-Programme wie Blender oder so switcht, irgendwas baut, dann wieder zurück geht und dann guckt und so weiter. Das kann ja auch sehr zeitaufwendig sein. Ja, das ist das Tool. Hier gibt es natürlich auch wieder entsprechende Einstellungsmöglichkeiten, wie viel. Das heißt, man kann das hier zum Beispiel aufklappen, genauso wie bei einem anderen auch. Hätte ich vielleicht besser mal bei einem normalen Kreis gezeigt, aber naja. Ich wollte das natürlich genauso haben, alles geplant. Die Steps und so, also die meisten wiederholen sich, die meisten Funktionen. Haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon. Auch die Normals, ob die jetzt scharf sind oder nicht, haben wir auch schon. Ja, der Rest ist selbsterklärend. Hier denke ich, machen wir das mal alles wieder auf Standard zurück und nehmen das nächste Tool und zwar Merge. Auch eine coole Sache. Auch ein Standard. Ich cancel das auch immer aus hier. Das brauchen wir auch nicht mehr. Nehmen wir einfach mal hier zwei ganz normale Boxen und klicken. Und klicken die an. Das wird Blender-Usern auch bekannt vorkommen, was man hier machen kann und akzeptieren. Ich klicke jetzt beide an und dann wird das auch wieder aktiv hier. Hätte ich vorher nicht anklicken können und dann kann ich sagen, dass es eben gemerged werden soll und dann, ja, super übersichtlich und aber auch trotzdem eine coole Funktion. Man kann dir direkt sagen, das soll ein neues Objekt werden. Das soll halt ins erste, was du angeklickt hast, verwandelt werden, also umgewandelt werden oder ins letzte. Und wenn ich sage neues Objekt, dann habe ich die beiden dann wiederum in dem Ordner, den ich hier unten festgelegt habe. Das haben wir ja schon eben durchgesprochen. Dann kann ich dem Ganzen dann noch einen Namen geben hier unten. Also combined heißt es jetzt. Also nicht so kreativ. Und ich kann sagen, was mit dem Rest passieren soll. Also mit Output-Type meinen die das, was jetzt der Kram, der jetzt sozusagen noch übrig ist. Ich könnte hier zum Beispiel sagen, ach nee, Quatsch. Quatsch, wo ist das denn hier unten? Da. Tool Accept Handle Inputs mit Inputs. So, mit Inputs meinen die, das was hier übrig ist, man kann es halt löschen lassen oder man kann sagen, dass man es einfach nur verstecken soll oder den ersten oder den letzten behalten möchte von den Cubes halt. Und ja, wenn du die einfach nur kombinen willst, ein neues Objekt generieren möchtest und der Rest soll gelöscht werden, kein Problem, dann delete es dir das einfach. Bleib natürlich trotzdem in deinem Content Browser. Also diese beiden Objekte, die bleiben dir erhalten, wird nur in deinem Level jetzt gelöscht, damit du dir ein bisschen Arbeit ersparen kannst. Der Output-Typ, das ist dasselbe wie sonst auch. Entweder es wird das, also from Input, es wird das genommen, was es jetzt schon ist, je nachdem, was du eingestellt hast, oder du machst selber nochmal einen dynamischen Mesh draußen, Volumen oder eben halt ein Static Mesh. Ja, und Merge hatten wir ja schon. Also darf Duplizieren nicht fehlen. Das kann man natürlich auch ganz easy im Content Browser machen, aber wahrscheinlich ist es einfach der Vollständigkeit halber hier. Objekt anklicken, duplizieren und dann Namen vergeben und der Output-Type kann wieder geändert werden. Wahrscheinlich will man das dann behalten, das was man hier entsprechend duplizieren mag, was auch immer das dann ist. Und hier kann auch wieder der vorhandene Input dann rausgenommen werden. Warum man das auch immer machen mag, mache ich mir jetzt keinen Reim drauf, weil ich würde es ja eigentlich beziehungsweise im Level duplizieren, dann würde ich das sehr wahrscheinlich behalten, aber wahrscheinlich alles der Vollständigkeit halber hier hinterlegt. Zu guter Letzt haben wir hier unter Create noch das Pattern. Dazu musst Du auch irgendwas angeklickt haben, dann auf Pattern und ja, wie der Name schon sagt, kannst Du hier Deine Wunschpattern mit inklusive Seed dann einfach zusammenstellen, also ob es eine Line sein sollten, Grid oder sonst was und das dann entsprechend verändern. Hier passiert natürlich nicht viel, weil wir hier noch nicht viel eingestellt haben, aber Du kannst hier wirklich individuelle Rotations und so weiter einstellen und dann einen individuellen Seed wählen, der dann diese Rotations und der ganzen Ausrichtungen dann entsprechend bearbeitet, also ein ganz normaler Seed eben und ja, wie viel es sein soll, wie die zueinander stehen sollen und die Ausrichtung, dann haben wir hier die Step Size, also haben wir hier schön nebeneinander, das Ganze kann man auch noch vergrößern und verkleinern und so weiter. Ich denke, es ist auch alles selbsterklärend, auch auf welcher Plane das geschehen soll und ja, Zirkel, also Kreis haben wir ja auch noch, das ist noch sehenswert, ansonsten denke ich, ist das hier auch alles selbsterklärend, aber auch hierzu, schreib mir einfach einen Kommentar, schreib mir einfach eine Frage ins Video oder komm, wie alle anderen auch, einfach auf Discord vorbei und stell deine Frage da und dann können wir ein bisschen darüber diskutieren. Mich würde auch interessieren, ob Du das Ganze wirklich aktiv nutzt. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen eingestiegen und schau mal, wo mich die Reise da hinführt und wie weit ich das System hier überhaupt pushen kann. Ja, schön, dass Du bis jetzt dabei geblieben bist. Wenn Dich das Thema interessiert, lass gerne ein Like da. Bei großem Interesse mache ich hier natürlich sehr gerne weiter und dann schauen wir uns mal hier Trimodel und D-Form an und den ganzen Kram auch sehr interessant, was man damit alles machen kann. Lass natürlich ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen und wenn Du mich und den Channel unterstützen möchtest, dann kannst Du das sehr gerne über Patreon tun und wenn Du eine Frage hast oder einfach mal über die Unreal Engine quatschen möchtest, dann komm sehr gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Da sind mir jetzt schon über 300 Leute, zum Thema Unreal Engine und helfen uns da alle gegenseitig weiter und zeigen unsere Projekte. Ich wünsche Dir natürlich auch viel Erfolg bei Deinem aktuellen Projekt und ich würde sagen, wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Unreal Engine out.